Diese Woche bei DVS-TV Delegationen aus aller Welt zu Gast in Essen Force Arc im Einsatz bei Siemens 18. Beijing, Essen, Welding & Cutting 2013 DVS-TV, hochkarätige Messe-Talks Und damit herzlich willkommen zu DVS-TV Der Countdown läuft In weniger als zwei Wochen öffnet die Schweißen und Schneiden 2013 ihre Tore Rund um den Globus bereitet sich die Branche auf dieses große Ereignis vor Rund 1000 Aussteller aus 40 Ländern sind angemeldet Etwa 55.000 Besucher werden erwartet Zusätzlich haben verschiedene internationale Delegationen Dem DVS und der Messe Essen ihren Besuch angekündigt Nach Anmeldungen von Marokko, Russland, Lettland, Serbien und Italien werden auch Delegationen aus Brasilien, Korea und Indien erwartet Fester Bestandteil der Delegationsbesuche ist eine offizielle Begrüßung der Ländervertreter durch die Messe Essen und den DVS mit anschließendem Empfang Seit Anfang 2012 kommt in Siemens Lokomotivenwerk München-Albach der EWM-Prozess FORSARC zum Einsatz Bei der Herstellung von Lokomotiven für den Betrieb von schweren Kohlezügen in Australien werden Bleche ab etwa 15 mm Wanddicke mit dem FORSARC-Verfahren geschweißt FORSARC wurde im Rahmen der EWM-Nachhaltigkeitsinitiative Blue Evolution entwickelt Sein charakteristisches Merkmal ist ein wärmminimierter, richtungsstabiler und druckvoller Lichtbogen Die hochdynamische Stromregelung sorgt für eine große Einbrandtiefe mit weniger Einbrandkerben Die Vorteile der Prozessumstellung liegen für Siemens vor allem im verminderten Schweißverzug durch verringerten Wärmeeintrag Im Juni dieses Jahres traf sich die Fachwelt in Shanghai auf der 18. Beijing Essen Welding & Cutting 945 Unternehmen aus 28 Ländern und mehr als 24.000 Fachbesucher aus aller Welt kamen zu der führenden Fachmesse im asiatischen Raum So viele Aussteller und Besucher waren noch nie da Die älteste Auslandstochter der Weltleitmesse Schweißen & Schneiden wechselt jährlich zwischen Beijing und Shanghai 2013 hatte die Messe ihre Fläche auf über 96.000 Quadratmeter vergrößert Das vielseitige Angebot reichte von hochmoderner Füge, Trenn- und Beschichtungstechnik über Steuerungssysteme und Prüfgeräte bis hin zu Arbeitsplatzausrüstung Aus sechs Konferenzen, Kongressen und Foren trafen sich internationale Experten der Branche zum Wissens- und Erfahrungsaustausch Auf der Schweißen & Schneiden 2013 bietet DVS-TV wie schon 2009 den Fachbesuchern erneut die Gelegenheit bei hochkarätig besetzten Experten-Talks live mit dabei zu sein Von Montag bis Freitag gibt es täglich ab 14.30 Uhr einen halbstündigen Talk auf dem DVS-GSI-Gemeinschaftsstand in Halle 12, C110 Ob zukünftige Anforderungen an die Schweißtechnik, Gesundheit und Arbeitsschutz, Ausbildung und Fortbildung oder die Umsetzung der DIN EN 1090 Sie sind herzlich eingeladen uns zu besuchen, täglich zu einem spannenden Thema, das die Branche bewegt Vielen Dank fürs Zuschauen, bis nächste Woche und Tschüss!